Wenn man sich ein Tablet ja gekauft hat, für 200, 300 Euro, manche sind ja noch teurer, dann möchte man das ja auch mit guten Produkten schützen. Unsere Handyhüllen werden aus recycelten Plastikflaschen hergestellt. Personalisierbare Hüllen für Cases, also für Smartphone-Cases, Laptops, Tablets, E-Reader. Wir lieben natürlich Berlin, das ist klar. Es ist der kreative Standort Europas. Für uns ist erstmal so eine Präsentation unserer Marke, um zu zeigen, wer wir sind, was wir machen. Und einfach um neue Leute kennenzulernen, um möglicherweise neue Kooperationen zu finden. Man klickt auf Shop oder Gestalte selbst, je nachdem, was man sich zuerst anschauen möchte. Man kann hier zum Beispiel ein Foto machen von Berlin oder von dieser Kirche. Und dann kann man das direkt hier auf die Tasche draufdrucken lassen. Wir haben dafür eben auch eine Gestaltungssoftware, mit der das ganz einfach geht. Zusätzlich ist es hier gerade bei der Laptop-Tasche möglich, den Reißverschluss hier farbig auch selber zu wählen, und man kann sich natürlich auch so Schulterbote etc. dazu hinzufügen. Wir sind caseable, das machen wir, der seid ihr. Auf Wiedersehen. barely? ôm